So, Gim und ich sind in Cardiff by the Sea, beim berühmten Rimmels. Und heute möchte ich mal erklären, wie das mit den Rechnungen läuft. Viele Schweizer nerven sich gerne, weil sie die Rechnung präsentiert bekommen, wenn sie noch am Essen sind. Und heute möchte ich das Thema kurz aufgreifen und erklären, wieso das dann eigentlich so ist. Also, dranbleiben! Das ist jetzt genau das, was viele Schweizer aufregt. Wir haben die Rechnung bekommen oder gesehen, wir haben noch Essen auf dem Teller. Jetzt wollen wir uns aber wissen, der Ami will zahlen, sobald er den letzten Bissen fertig hat. Der hat kein Sitzleder, der hat einen eigenen Fernseher. Hier in einem typischen Restaurant am Abend werden die Tische zwischen drei, minimum vier bis fünfmal pro Abend. Die werden weitergegeben, weiterbedient. Und in der Schweiz ist so, der Standard, wenn ich mich richtig erinnere, ist so bei einem Tisch. Und nebenbei bei den Leuten sitzen und da hat man keinen höheren Durchfluss. Darum wäre mein Tipp, regnet euch nicht auf. Das gehört hier einfach, wie gesagt, zu einer guten Dienstleistung. Und insofern ist das der Klärung, wieso, dass sie hier doch drauf schauen, dass die Rechnung kommt. Auch wenn ihr halt noch nicht alle fertig gegessen habt. Mal, jetzt habt ihr die Antwort. Das nächste Mal hier seid. Geniessen, dass ihr dem Fräulein nicht nachsäcklen müsst. Und ich kann in die Saal abschauen, dass ihr da seid. Das ist der Zanger, der schweizplatz ist. Also, smash'em all.